Ich bin der Killer und ein Mitspieler. Also bei mir ist easy der Killer. Du gibst, dich gibst zweimal, Maren, und mich gibts einmal. Also Swigga ist gar nicht anwesend. Ich bin gar nicht da. Ja, du bist ja bestimmt wieder der Geist. Der ist ja eh nie da. Ich spiel fast nur in die Fallenstelle. Jetzt dachte ich bringe ich mal ein bisschen Abwechslung rein neben den Geist. Ist auch nicht richtig. Hä? Warum ist... Ich glaub es ist ein Bug. Ich glaub dein Teil wurde gerade geopfert. Also richtig, dass es weg ist. So, dann ist es weg. Geil! Perfektor Release-Zustand. Dieses Spiel! Ja, weil das hatte ich ja vorher noch drin gehabt. Das hab ich jetzt nicht mehr. Dann hab ich halt... ne Opferung gehabt. Die werden aber auch nicht immer richtig angezeigt. Also ich hab auch schon, dass dann ne Opferung von mir dann als was anderes angezeigt wurde. Ne, aber jetzt ist es ja erstens... Ja, ich hatte ja den Erfolg grad eben irgendwie so'n... so'n achievement. Hm. Wahrscheinlich... Ach nee, der Geist ist ultrahell. Das ist doch mal wow. Alle was weißes anziehen. Wir machen jetzt eine Schwarzlicht-Party. Wir wollen ja dem Geist ins Auge stechen. Mit der Taschenlampe. Dicke Suppe hier. Lass mich in Ruhe. Okay. Danke. Du darfst nicht immer noch hinterher. Ich musste an der Wand vorbei. Mhm. Ich tarn mich nicht mal mehr. Warum? Warum sollte ich? Dauert aber zu lang zum Enttarnen hier. Uh. Ich such schon mal die Hedge. Alter, ist aber echt... Jetzt bist du aber getarnt. Ist aber echt hell hier, ne? Erst recht mit dem Nebel auch noch irgendwie. Nein. Ja, das sind dann die... Da backt dann immer ein bisschen so die Haare und so backen dadurch. Och ja, hi. Tschüss. Kein Welpenbonus für niemanden mehr. Ich hab dich auch lieb. Ich hab bis jetzt nichts gemacht, als über die Karte zu laufen. Schön. Das hatte ich auch schon. Dass ich einfach nichts gemacht hab und gleich den Klappen weg. Also bitte nicht beschweren, das passiert uns allen. Ich komm dir gleich vorbei, Alter. Wenn ich gleich den Killer spiel, ne? Dann geb ich dir aber auch sowas von... Uh, du möchtest Killer spielen? Nein, will ich nicht. Ah, nein, nein. Zu knapp. Das Fensterspiel wird zum Brett spielen jetzt. Aber die Füße sehen auch so grinnig aus. Jetzt siehst du nur ordentlich, ne? Mhm. Ja, ich wills dunkel haben. Mach erstmal Bretter hier kaputt. Dann kann Bara wieder ne Runde humpeln. Ding dong, ding dong. Ich find's ja schon scheiße, dass man sich im Schrank nicht verarzten kann. Ja, da siehst du halt nix. Die Ellbogen stoßen da und gegen die Türen. Ja, meinetwegen macht man da halt Lärm, aber... Das ist wirklich krass hell. Ist ja fast schon wie hier Morgendämmerung. Haben wir denn was reingehauen, was heller macht? Ja, ich hab Brightest Moonlight drin. Okay. Ich wollt' mal gucken, ob das cancelt, weißt du? Weil Darkest Moonlight, ob das sich dann aufhebt gegenseitig? Weil es denkt ja beides nicht. Aber das ist ja anscheinend dann weggegangen. Ja. Im Private Match. Finde ich witzig. Scheiß spielen. Ich kann demnächst kein, kein, äh, kein Ding mehr machen. Das hab' ich erstmal nicht weg. Darkest Moonlight? Ja, ist weg. Forever. Forever. Das ist ja auch komisch, dass es dann weg ist. Ich will halt auch erklären, warum ich irgendein Opfer, Opferungserfolg gekriegt hab. Wobei, äh, Private Match war was? Ja, das find' ich komisch. Ähm, na gut. Vielleicht, weil wir noch LAN drin haben, dass er dann irgendwie sonst was denkt? Äh, hat ja sonst auch immer geklappt. Ich glaub' das war aber wieder irgendein schöner Bug. Äh, ja so selten. Ich war ja auch angeblich nicht mehr bei euch in der Gruppe am Ende. Ich bin ja noch nicht mehr rausgeliebt und so. Och nö. Ich startet gleich einfach mal meinen Steam wieder neu, mal gucken was dann was. Mhm. Es gibt ja auch diese Level-Einser-Bugs, wo dann auf einmal Level 1 bist. Ja. Ich seh kein's von euch. Schön, ich hatte ihr 9-Eisiger. Ich bin grad vorne an der Schnauze hergerannt und, ok. Die Nebelschwaden nehmen wahrscheinlich da einiges an sich. Die Nebelschwaden nehmen wahrscheinlich einiges an sich. das finde ich auch gut so jetzt ich mache ihn ja ich habe meine katze hat gesagt die war da macht es geht nach ja immer das ist schon kaputt gemacht ja muss ich ja hat wahre alle umgeschubst eine tag nicht vor dem armen loben wosenhagen das ist ja was was denn das ist der türvergewaltiger what the fuck ist das das sollte erinnern ach so ja hier könnte 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 auf der toilette sein die klotürvergewaltiger oder was ich erhörte das jetzt nicht weiter klotürvergewaltigungen hier das wird so eine interessante themen du brauchst aber wirklich bald eine neue tastatur ich finde es gut die space dass ich anders drücke aber mein finger einfach nahm geworden ist jetzt der philipp weiß der philip finger der philip lahm finger easy schätzchen wo bist du ich habe aber zwei harten kaputt gemacht ich habe mir doch einen gefallen getan ich bin doch direkt nicht reingeranscht besser geht es nicht habe ich nicht gesehen mal wieder ja sie ist so selber schuld keine rücksicht auf blinde killer auf fünf oder sechs schon sind dass du mich rein rennst bekommen wo bist du ich würde hier gar nichts sehen wenn ihr nicht einigermaßen offen steht dann deswegen bewege ich mich auch schon den ganzen tag nur schleichen vorwärts auch das fies kriege ich kein welten bonus hier wir kriegen ja auch keine gleiches mit gleich ich war das du durftest geglaubt hab ich nicht so mitbekommen ich nicht ein du Prozent Pfff! Könnt ihr mich noch um Haken holen? Och nö! 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 Du hast wohl ne gute Richtung gebildet. Super! Nein, ich hab noch gar nicht Leertaste gedrückt! Ich hab die Leertaste noch gar nicht gedrückt! Das war der Leertaste vollkommen egal. Sie hat gedacht, ja. Oh la 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 la! Wenn sich deine Maschine gegen dich wendet! Ja! Dum 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 dum! Okay Bare, erkämmt doch wieder! Hau einfach ab! Ich bleib hier stehen! Wenn du auch durchgehend auf mich einhaust, kann ich ja mal eben! Ne? Das wollte ich nicht! Da wollte ich nicht hin! Nein! Hallo Carly! War der Kaffee lecker? Ja! Gab's Kuchen dazu? Jupp! Ja! Ja! Was denn? Ist er weg? Alles gut! Nein! Er ist nicht weg! Ich steh hier! Ich bearbeite ihn wirklich! Das war ja nur mein Zeichen, dass du ruhig, ne? Ja! Ich bin doch! Ja! Okay! Dann kann ich auch aufhören zu struggeln! Noch ein kleines Glockenspiel zum Abschied! Oh! Julie! Ja! Und wieder einmal durch den ganzen Garten, mir alleine! Kannst du endlich überall deine Duftmarken setzen, ne? Das tue ich auch! Pups hinter jedem Baum! Ja! Ja!